Die Ganganzeige kostet 100 Euro. Was nehmen wir dafür? Mit Montage, 170 Euro. Ja gut, die kostet schon 120 Euro die Ganganzeige. Dann musst du das montieren. Dann müssen wir schon kommen, das ist halt so. Ja, natürlich. Das ist für dich ja nur. Das ist für dich ja nur. Na klar. Ja, das ist für dich ja nur. Ja, das geht.